Die mehrstimmige Steineiche ist ein winterharter Baum, der in unserem Klima gut gedeiht. Dieser Baum leidet nicht unter Krankheiten oder Schädlingen und behält außerdem das ganze Jahr über seine Blätter. Er braucht einen sonnigen Standort, kann aber viel Wind vertragen. Die Blätter sind glänzend, grün und auf der Unterseite grünlich-grau. Was den Baum einzigartig macht. Im Mai bekommt die Steineiche schöne gelbe Blüten, die sich gut abheben. Möchten Sie das ganze Jahr über einen grünen, mehrstämmigen Baum haben? Dann ist die Steineiche mehrstämmig sehr zu empfehlen!